Hallo und herzlich willkommen zum Your First Medicus Gesundheitsmagazin. Heute zum Thema Handchirurgie. Die Hand ist ein sehr wichtiges Organ vom menschlichen Körper, ist auch exponiert und hier liegt auch immer mal der Gefahr einer Verletzung. Zu diesem Thema haben wir heute den Spezialisten Andreas Theobald, Facharzt für Chirurgie aus Karlsruhe, ins Studio eingeladen. Schönen guten Tag, Herr Theobald. Schönen guten Tag, Herr Peter. Ja, Herr Theobald, vielleicht erklären Sie uns und den Zuschauern überhaupt erstmal, was ist denn Handchirurgie? Handchirurgie beschäftigt sich speziell mit allen krankhaften Veränderungen, seien sie angeboren, degenerativ oder im Rahmen anderer Erkrankungen wie Rheuma, die Beschwerden an der Hand verursachen oder zu Funktionsstörungen der Hand führen. Nun ist es so, dass die meisten Muskeln, die die Hand bewegen, im Bereich des Unterarms oder Oberarms ansetzen, dass die Nerven, die die Hand steuern, vom Halsmark kommen. Das heißt, dass sich der Handchirurg nicht auf die eigentliche Hand im engeren Sinne beschränken kann, sondern gelegentlich auch Strukturen außerhalb der Hand behandeln muss, wenn sie für die Funktion der Hand wichtig sind. Überhaupt unterscheidet sich der Handchirurg von anderen chirurgischen Nachbardisziplinen dadurch, dass er im Wesentlichen die Wiederherstellung der Funktion der Hand im Auge hat und dabei manchmal sogar die anatomiegerechte Rekonstruktion vernachlässigt. Und welche Krankheiten bzw. Verletzungen werden denn jetzt handchirurgisch behandelt? An Verletzungen natürlich sämtliche Frakturen des Handskeletts und der benachbarten Elle und Speiche. Dann sämtliche Weichteilverletzungen, die im Bereich der Hand anfallen, seien es Sehnenverletzungen, Nervengefäßschäden, Bandschäden und Ähnliches. Die häufigsten Erkrankungen im Bereich der Hand, die nicht auf Verletzungen zurückgeführt werden können, betreffen die Nerven und die Sehnscheiden der Hand. Hier ist insbesondere das Kapaltonsyndrom zu nennen, eine sehr häufige Erkrankung, die dadurch entsteht, dass der Nervus medianus, der Mittelnerv, einer der Handnerven, bei seinem Eintritt in die Hohlhand durch das quere Hohlhandband komprimiert, also abgedrückt wird, was regelmäßig zu schmerzhaften Einschlafgefühlen im Bereich des Daumens, des Zeigefingers, des Mittelfingers und der benachbarten Hälfte des Ringfingers führt. Diese treten häufig nachts, gelegentlich aber auch tagsüber zum Beispiel Tätigkeiten wie Zeitung lesen oder Fahrradfahren auch im längeren Verlauf persistieren. Also persistieren diese Missempfindungen, also das heißt, sie bleiben im ganzen Tagesablauf eigentlich gleich. Und das von Ihnen angesprochene Kapaltunnelsyndrom, was passiert, wenn man das nicht behandelt? Unbehandelt führt das regelmäßig zu einer Einschränkung, zu einer permanenten Einschränkung des Gefühls an der Hand und damit zu einer Empfehlungsstörung der Fallmotorik. Ja. Die Behandlung an sich ist sehr einfach. Man beseitigt die Engstelle im Bereich des Eintritts des Nerven in die Hohlhand durch eine Spaltung des Bandes, des Hohlhandbandes und die komprimiert damit den Nerven. Sie haben jetzt ja vorhin das Auftreten von Engstellen bei diesem Beugelsehnescheiden angesprochen. Wie häufig kommt das vor? Das ist eine sehr häufige Erkrankung, insbesondere im Bereich der Schienbänder an den Fingergrundgelenken, die sehr stark beansprucht sind. Das führt dann in aller Regel zu einem Schnappphänomen der Finger oder zum sogenannten schnellenden Finger. Kann aber auch nur Beschwerden im Bereich der Hohlhandbewegungsschmerzen verursachen. Ja. Treten die Engstellen im Bereich der Strecksehnenfächer auf, insbesondere als ersten Strecksehnenfaches, dann kommt es zu einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung des Daumens. Alle diese Engstellen beseitigt man einfach durch eine Durchtrennung dieser verursachenden Strukturen. Das heißt soweit auch mal jetzt alles zum Schnappfinger. Wie sieht es aus im Bereich der Arthrosen? Ja, an degenerativen Gelenkerkrankungen ist hier insbesondere die Ritzarthrose, also die Daumensattelgelenksarthrose zu nennen. Das Daumensattelgelenk ist das Gelenk zwischen dem ersten Mittelhandknochen und der Handwurzel. Da kommt es zu einer Gelenkinstabilität und in der Folge zu einem schmerzhaften Verschleiß, was auf lange Sicht dazu führt, dass der Betreffende oder die Betreffende nicht mehr kräftig zupacken kann. Ja. In diesem Falle lässt sich die funktionseinschränkende und schmerzhafte Situation durch eine Entfernung des beteiligten Handwurzelknochens und durch eine Aufhängung des ersten Mittelhandknochens am zweiten Mittelhandknochen durch eine Sehnenaufspaltung beseitigen. Ja. Das heißt, Sie haben uns jetzt einige sehr häufige Erkrankungen im Bereich der Hand genannt, auch mal vorgestellt. Welche Behandlungen bzw. welche Operationsmethoden kommen da denn jetzt zum Einsatz? Im Bereich der Frakturen, bei der Versorgung von Frakturen im Grunde gelten die gleichen Prinzipien wie bei der Versorgung großer Knochen. Das heißt Verblattung, Verschraubung allerdings mit Mini-Fragmentimplantaten, die in der Regel aus Titan gearbeitet sind und wenn sie nicht stören auch belassen werden können. Okay. Im Bereich der Weichteilchirurgie kommen häufig mikrochirurgische Verfahren zur Anwendung bei der Versorgung von Nervenverletzungen, Gefäßverletzungen und Ähnlichem. Oder auch Verfahren aus der plastischen Chirurgie. Okay. Im Bereich der Verletzung des Handgelenkes oder Handgelenkserkrankungen nimmt die Rolle der Arthroskopie und der arthroskopischen Verfahren, also der Gelenkspiegelung in den letzten Jahren deutlich zu. Okay. Und nach einer handchirurgischen Operation, wie sieht da so eine Nachbehandlung aus? Also wenn immer möglich früh funktionell, um Verwachsungen und Verklebungen und damit Funktionsstörungen vorzubeugen. Ja. In einigen Fällen muss man eine zeitweilige Ruhestellung in Kauf nehmen, einfach um ein sicheres und solides Ausheilen zu gewährleisten. Anschließend ist häufig eine längerfristige Krankengymnastik erforderlich. Ja, Herr Theobald, dann vielen Dank soweit für die Ausführungen zum Thema Handchirurgie. Schnappfinger haben wir heute einiges mal mitgenommen, aber auch Kapaltunnelsyndrom, Morbus-Dupitron. Schön, dass Sie im Studio waren. Gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja. Tschüss. Ich bin Dank. Ich bin Dank. centives emergency accesses Fury 76. Ohne. Ich bin Dank. Ich bin Dank. Ich bin gerade der hopefully permanently uplohing. Es gibt nichts mit gut 들ten,指 sch pneumatisch. 125 Sekunden.